Hey Leute, mein Name ist Gabriel von Chuck for Students und heute sehen wir uns das Durchflutungsgesetz etwas genauer an. Zuerst sehen wir uns in vereinfachter Form das Durchflutungsgesetz selber an. Danach rechnen wir mit Hilfe des Durchflutungsgesetzes das magnetische Feld für zwei Beispiele aus. Einmal die Zylinderspule und einmal die Kreisringspule. Zuletzt schauen wir uns an, was das alles für die magnetische Feldstärke und Flussdichte bedeutet. Legen wir los! Der Durchflutungssatz, manchmal auch das Ampèresche Gesetz genannt, gehört zu den Maxwell-Gleichungen und besagt, dass ein elektrischer Strom ein Magnetfeld mit proportionaler Stärke hervorruft. Die Richtung des Magnetfelds ergibt sich mit der rechten Handregel. Die Gleichung selber ist das Kreisintegral der Feldstärke H über die Kurve S integriert mit dem Strom, welcher durch die Masche S verläuft. Sehen wir uns das anhand eines Beispieles an. Die Gleichung besagt, dass entlang der Kurve S der Anteil des Feldes in die Richtung klein s mit dem Strom verknüpft ist. Besonders einfach ist es, wenn wir einen Kreis konzentrisch um den Draht legen, da dann das Feld immer in dieselbe Richtung zeigt wie das klein s. Wenn wir beispielsweise ein Rechteck für S nehmen, haben wir ein längeres S, aber dafür überlagert sich die Richtung des Feldes nicht immer vollständig mit der Richtung des Segmentes klein s von s. Solange der Strom gleich ist, kommt dasselbe Feld raus. Wenn wir jetzt also damit rechnen wollen, machen wir das für uns erstmal handlicher. Unsere Kurve S ist ein Kreis, deshalb gehen wir auf Zylinderkoordinaten über. Zylinderkoordinaten bedeutet, dass wir anstelle von x, y und z Koordinaten einen Radius R, einen Winkel Phi und die Höhe H angeben. Mit den Zylinderkoordinaten muss sich unser Integral nicht mehr entlang von zwei Größen x und y ändern, um sich im Kreis zu bewegen, sondern nur entlang von Phi, während R konstant bleibt. Somit formen wir um auf das Integral von 0 bis 2P für h mal dem Einheitsvektor mal dem Radius R mal nochmal dem Einheitsvektor mal d von Phi. Die Einheitsvektoren kürzen sich dann heraus und da weder H noch R von Phi abhängig sind, können wir diese aus dem Integral herausholen. Das Integral von 0 bis 2P über 1 ist dann einfach 2P und wir bekommen H mal R mal 2 mal Pi ist gleich i. Durch Umformen dieser Gleichung bekommen wir eine ganz einfache Formel, mit der wir mithilfe des Stromes und eines Radiuses die Feldstärke und Richtung bestimmen können. Aber Vorsicht! Die Richtung des Feldes haben wir bereits mit der Kurvenform von S festgestellt und entspricht der rechten Handregel. Rechnen wir ein kurzes Beispiel durch. Für einen Strom i ist gleich 2 Ampere suchen wir die Feldstärke bei einem Abstand von R ist gleich 1 Meter. H ist dann gleich i durch 2Pr ist gleich 2 Ampere durch 2 Pi Meter ist gleich 1 durch Pi Ampere Meter. Wenn wir die Feldstärke jetzt in Abhängigkeit von R plotten, sehen wir wie bei hohem Radius das Feld stark abfällt. Magnetfelder für komplexere Stromflüsse sind natürlich deutlich schwerer zu berechnen. Daher arbeiten wir vor allem mit Vereinfachungen. Wir werden für die Zylinderspule nur die Formel hernehmen, da die Herleitung deutlich aufwendiger ist. Die Feldstärke nähert sich also für lange Spulen im Inneren der Spule an h ist gleich z mal n i durch l an. z stellt aber nur den Richtungsvektor entlang der Achse der Spule dar und gibt die Richtung des Feldes an. n ist die Windungszahl, i der Strom und l die Länge der Spule. Mehr Windungen bedeutet mehr Strom fließt durch die Schleifen. Je länger jedoch die Spule ist, desto länger ist auch die Kurve S und desto kleiner ist das Feld an jeder Stelle. Rechnen wir also ein Beispiel. Wir haben eine große Spule mit einer Windungszahl von n gleich 2000 und einer Länge von 0,3 Meter und einem Strom von i gleich 25 Ampere. Die Feldstärke ist dann h ist gleich n mal i durch l, das sind 2000 mal 25 Ampere durch 0,3 Meter und das gibt uns 166.666,6 periodisch Ampere pro Meter. Für eine Kreisringspule gilt ähnliches, nur kann es hier sein, dass ein Durchmesser gegeben ist. Dann müssen wir uns davon den Umfang errechnen und nehmen diesen als Länge herbei. In diesem Beispiel sei gegeben ein Durchmesser von 2 Zentimetern, eine Windungszahl von 150 und ein Strom von 0,1 Ampere. Wir bekommen damit h ist gleich ni durch l ist gleich ni durch pi mal d ist gleich 150 mal 0,1 Ampere durch pi mal 0,02 Meter. Das ist ungefähr 750 durch pi Ampere pro Meter und das sind ungefähr 238 Ampere pro Meter. Zuletzt sprechen wir noch das Verhältnis unserer Gleichungen zur Flussdichte an. Wie wir wissen, entsteht durch einen Strom ein magnetisches Feld mit einer Feldstärke h. Die Flussdichte b hängt aber zusätzlich von der magnetischen Permeabilität µ des Materials ab. Es gilt somit b ist gleich µ mal h. Für die Formeln, die wir uns bisher angeschaut haben, gilt somit für den Draht b ist gleich µ mal i durch 2pi r. Für die Zylinderspule gilt b ist gleich µ mal i mal n durch l. Und für die Kreisringspule gilt b ist gleich µ mal i mal n durch d mal pi. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Am besten schaut euch jetzt das Video von meiner Kollegin zur Stern-Dreieckschaltung an.